Ja, lieber Zid, ich danke dir für das schöne Interview. Und wenn die Menschen jetzt hier uns noch zusehen und Kritik haben, für die Zahre, sollen die kürzer, sollen die länger, bitte uns dann mitteilen. Dankeschön. Und wir haben vier Videos aufgenommen, können wir auch im Voraus machen. Schaut die euch an. Die Themen werden untergeschrieben sein. Dankeschön. Danke. Das ist ein schönes Feld. Danke.